Ich muss schon wieder essen. Und hier sind keine Tiere und es wird Nacht. Ich versteh die erste Nachte nicht. Und ich muss zu essen suchen. Ich nehme mal den Ofen mit, so dass wir unterwegs uns was braten können. Die Kohle haben wir genug. Jetzt wird es wirklich Nacht. Brauchen Samen. Die Kuh. Eigentlich Schluch. Die müssen nicht eigentlich verarschen. Die Kuh an der anderen Seite der Schluch. Wie ist ein Schwein? Aber das geht. Jetzt kriegen wir aber so nachher. Kriegen wir das? Lauf nicht. Natürlich falle ich jetzt wieder runter. Aber das Schwein ist auch umzugesprungen. Wir sollten nur ein Zombie. Und Spinnen. Und so komme ich nicht weiter. Das Eisen lassen wir jetzt erst mal links liegen. Da geht es jetzt erst mal nur darum, dass man hier wieder rauskommt. Weil wir wollen jetzt hier nicht in der Höhle verhoffen. Sondern etwas essen. Wenn wir jetzt ganz schnell sind, schaffen wir uns noch ein bisschen nach Hause. Und da ruft jemand an. Ich weiß nicht ob ihr das jetzt hört. Aber ich gehe da jetzt nicht ran. Ja. Ganz toll. Dann das Wasser rauskommt. Wir werden dann das Wasser rauskommt. Um. Obense Schnee. Ist es schon so hoch? Das wäre halt. Dann wäre es ja vorher gut angekommen. Schokolade. Um. monstern jäger man ich krieg keine sagen ich war schon gleich viel viel auf einmal jetzt kommt ihr wahrscheinlich wieder aus kilometer in kann und angelaufen ich kann nicht schaffen dort gehen uns zu behindern ich brauche es nach scharfen sind das ob es nein weg gedacht da steht irgendwas anderes da was mit sich sein könnte hat dies gelandet schießen nach mir also meine maus so ein mist vielleicht nicht aber wie viele mops hier sind aber kein einziges kein einziges schar das ist noch ein scharf Und ein Zombie. Welten Zombies? Jetzt fängt's durch. So. Ja, mit dem Wollblocker haben wir den eingesammelt. Ah, ich kann jetzt auch nicht in mein Inventar gucken, wie ich mir zu riskant. Alter, ich will jetzt nicht scharf leben. Ja, mit seiner Unterhose. Oh, die Maus regt mich grad schon wieder auf. Schau, meine Hand gemacht. Ich hab ein Skelett. Du bist nicht Skelett. Und dann drin ist es scharf. Oh, bis jetzt drin ist es scharf. Cool. Ich bin Leder. Kuhschubser, komm. Kuhschubser. Bam. Ich muss das Essen. Ich will wieder nach Hause. Aber ich will das eine Schaf noch haben. Nein, so viele Mops. Hier sind Schafe. Meine Rettung. Da sind auch Bäume. Ich bräuchte mich mal ein bisschen Holz. Ach, da sind Bäume. Tu mal schnell die Bäume fällen. Oh, Zombie. Schwarz ist scharf. Schwarz ist scharf. Mal reinschauen. Ich bin jetzt irgendwie abgewimmelt. Oh. Nein, nein, nein. Baby Zombie. Baby Zombie. Äh. Äh. Fuck. Shit. Du kannst mich aber... Wisst ihr was? Das für ein Scheiße ist. Was? Ah. Fuckin... Nacht. Leck mich aus. Einfach nur. Einfach nur. Gibt's nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß ja wirklich mal an. Wie macht's Insta? Okay. So ist das aber bei Bucket? Ja, ich weiß. Enderman. Kannst mir nichts am Tag. Na klar, du lebst immer noch. Bäm. Du lebst immer noch. Verbrenn doch mal. Bäm. 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 Skeletz. Sie schießen alle aus dem Schatten. Also stehen im Wasser. Die kleinen Biester. Guck mal, wo der Ort denn ab alles da ist. Wo ist mein Stein schwebt? Zack. Ja. Axt. Schaufel. Ja. Ja. Axt. Schaufel. Bäm. Mir ist das jetzt furcht egal, wo wir jetzt da sind. Wird ein Bett gemacht. Ähm. Eigentlich müsste es eigentlich auch mal so... Ehm. Ehm. Wie geht das mit der Erfahrung? Ein Erfahrung. Ein Erfahrung. Wie nennt man sich das? Ähm. Ein Erfolgszug. Eine Errungenschaft. Jetzt weiß ich mir. Eine Errungenschaft. Wenn man... Oh, das sind zu viele Schweine. Hat er nicht. Alter, wie viele Schweine hier sind. Müsste eigentlich ne Errungenschaft geben, dass man, wenn man ein Bett baut, dass man da scheinlich denen noch folgt. Du kannst jetzt schlafen gehen. Irgendwie so. Keine Ahnung. Müsste eigentlich auch mal so sinnlose Errungenschaften geben, die man so einfach nur mal zum Spaß ausprobieren kann. Wenn man zum Beispiel im Bett im Meter oder im Entsport, wenn es explodiert. Bringe ein Bett zum explodieren. Das wäre dann der nächste Punkt. Nachbett. Das wäre eigentlich auch ne geile Idee. Ich hoffe, das wünsche mir zu Ihnen. Ich hoffe, es hilft mir. Körer. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!